Ballbesitzphase für Geze und nach vorne zeichnet sich jetzt auch etwas gefährliches ab, es schlägt ein, 2 zu 0. Nicht ganz unten rumkrebsen, aber jetzt könnte es teuer werden, wieder Kali Sehne, der enteilt, Sehne, Chip, Sehne, Drift, Geze führt. Die Sehne, in die Gasse geschickt, das kennen wir von irgendwoher, macht er es wieder allein, er macht es wieder allein und er macht es wieder erfolgreich. Mit Vorteil für den Verteidiger. Sehne, den macht er rein und es steht 1 zu 0 für Geze. Linianni, guter Ball für Sehne, 3 zu 0 für die Grassobos. Geze, 3 zu 0 für die Grassobos. Geze! 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 Geze, 3 zu 0 für Geze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017